Prinz Harry und Meghan Markle können es kaum erwarten, endlich vor den Altar zu treten. Sogar den Hochzeitstermin haben sie schon verraten, der 19. Mai 2018. Doch leider sorgt dieser Termin bei vielen Engländern für Entsetzen. Normalerweise ist es im Hause Windsor Tradition, an einem Freitag zu heiraten. Die arbeitende Bevölkerung hätte dann frei bekommen müssen. Nun findet die Hochzeit nicht nur an einem Samstag statt, sondern ausgerechnet an dem Tag, an dem im Wembley-Stadion einige Stunden später das Finale des Falkapps angepfiffen wird. Das stresst nicht nur die Fußballfans, die sicherlich ein Teil der Feierlichkeiten sein wollten, sondern auch Herresbruder Prinz William. Der hat nämlich die königliche Pflicht, dem Gewinner nach dem Spiel den Falkapp zu überreichen. Also muss der Erarme am Hochzeitstag seines Bruders ins Stadion rennen, um einen Pflichten nachzukommen, was für einen Stress. Das stresst nicht nur für einen Pflicht, sondern auch für einen Pflicht, sondern auch für einen Pflicht.